Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin die Ola aus dem Heikers Fitnessstil und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr heute die besten 5 Übungen, habe ich für heute, rausgepickst und mit euch gemeinsam sportlich aktiv bleiben. Ich wünsche euch viel Spaß, dafür benötigst du eine Matte oder du hast eine weiche Unterlage. Viel Spaß. Stille Füße breit hin, wir fangen klein an, steigern wir uns mit dem Übungen, komm bitte in den Körperbild, eine hohe gehafte Bauch anziehen, klopf alle, lege, lege, bleib hier bitte stehen und kontrollierst deinen Atem. Wir machen uns mit Haar und das letzte Verletzungsmissen, also schließen, die Ola, noch ein, zieh, halt, bleib. Letzte 4, der ist mal 10, weißt du, wie du dein Lieferkreis, 4, 3, 2, 1, löst in die Hüte, zum Übungen, komm noch klein, zuvor, zurück, alle hohen, zu den Hüten, zurück, komm zu den Hüten, zurück, komm zu den Hüten, zurück. Und du kommst wieder zurück, in die hohen Planker, üben, Nr. 2, erlieben, Bauch fest, Rücken nahe, ganze Füße gerne zusammenstellen. Spangen wir mit dem Übungen an, wir fangen mit zwei anderen an, rechtes Bein, Knie, versucht man, den richtigen Stimmel, den richtigen Kopf zu ziehen. Und ohne das Fenster abzusetzen, bleib, bleib, zählst mich still, jetzt hoch. Letzte 4, 3, 2, 1, und jetzt Knie absetzen, bring dein Fuß zurück, in die Stangen aus und aus und aus, und Luft. Und wir wechseln auf die linke Seite, kommen wieder in die roten Körbe, achte bitte auf deine Körperhaltung, öffne die Brust, Bauch zu dir und links Bein, ganz schön. Okay, 15 Stück. Letzte 4, 3, 2, 1. Oh, oh. Oh, oh. Hier, Kipp absetzen. Und die Wärme so ein bisschen mag. Echt nach Füßen. Und dann rechts mit Gliess. Bisschen bei Hüben. Ein bisschen reine auf die Hüte. Die Tüge aus dem Möchenchen können das ganze. Halt. Wieder. Halten. Bleib gerade in den Rücken. Andere Seite. Und bleib länger holen, ohne das ganze Becken abzusetzen und langen Luft. Löse deine Hände vom Boden nach. Halschütteln, Handgelenke ist eine Schockstelle. Die wollen wir nicht, weil wir haben noch ein paar Tage. Bleib dabei, wir bekommen ja lange noch das Üben von deinem. Du darfst gerne die Fäuste oder diese Türe an, wenn du das trägst hier. Weiter geht es, mit einer hohen Blöcke. Die Hübschen, Deckstab. So, du merkst hier, ganz klar. Aufwärts, Ellenbücher bitte nicht in die Klänge spielen, leicht bereut. Köpfchen zum Klick, wir kommen mit dem rechten Bein an. Kopf zum Klick, nehmen die Luft. Sieg überhalten, okay? 15 Stück. Die letzten vier. Drei. Zwei. Ein. Und. Lief das Bein vorne an den Winkel. Zwischen den Händen ab. Beine Hände lang. Die Luft. Wie weitern wir erst vor. Beine Hände lang. Die Luft istokus zu. Wie weitern siegitieren. Siegab. Siegab. Ich weine Hände lang. Siegab. inimigo. Bei einem O-lang. Tem. Beine Hände lang. Fühlst du den Moment in der Hunde, Falser, und gleich wieder fit für die linke Seite zu halten. Zurück, wenige Hunde, Planko, Gerät, Bauchfest. Hier ist es wunderbar, wenn du die Füße wegbreit stellst, Acht wieder auf deinem Elbogen, Bauch anziehen, Rücken gerade, links wahr, Berg. Auch hier 15 Stück. Und, jeder merkt die Seite von der anderen Seite, oder ein bisschen geiler, also beide Beine Seiten gleich stark. Vier Stück. Drei, zwei, letzte, ein. Uhhh. Sehr schön. Setz dich auf die Füße und Oberschenkeln. Verlagere dein Gewicht nach hinten, auf die Hände. Bringt Becken vom Boden. Hast ja gemerkt, die Quadrisis, Oberschenkeln haben wir super mit angespannt. Deswegen, öffnen von der Hände, stellt die Hände an. Und andersrum nach Zimmerspulfen von der Hände. Und, schießt nach vorne. Blick zur Decke. Bauch anziehen. Und nach hinten. Die Hände, 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 die Hände. Und nach hinten. Das waren zwei. Wir gucken auf die Beine. Weiter geht es. In der Windmühle. Der ist die Beine weg und weit hin. Windmühle. Jeder kennt, ob er dahinten hält. Auch Spaß. Machen wir das Ganze sportlich. Linkes Bein. Zum rechten Bein. Zum rechten Arm. Versuchen bitte. Aus eigenem Knochen. Das Ganze kippen wir nicht mit Primal. Oder du schubelst ein wenig und machst vorsichtig. Okay? Bevor du hier was wegholst, lieber kleiner als gar nichts. 15 Stück. Dann die Seite wechseln. Wir fangen mit dem rechten Bein an. Ein. Zurück. Okay? Und jedes Mal fest. Statt wieder fliegen. Zurück. Ball nach. Ein Moment wieder. Alles anspannen. Arme fest. Ganz wichtig. Ich vergesse. Ich bin bei 10. Ich habe gequatscht. 4 Stück in den Füßen. 4. 3. 2. 1. Sehr gut. Dehnen. Einfach wieder fühlen. Oberst. Schienbein. Und öffne dich zu decken. Hande dich schön wegzustecken. Beine. Kopf zum Schienbein. Kopf zum Schienbein. Entweder er holst du dich oder sagst. Mensch, vielleicht nicht. Ich hasse dich. Es ist auch okay. Andere Seite. Rechte Hand zum Lippenfuß. Vorsichtig. Grandes. Dann fliegen. Die Hand zurück zu decken. Lieg am besten. In die linke Handfläche. Beine Hände zum rechten Fuß. Beine Hände zum rechten Fuß. Beine Hände zum rechten Fuß. Vielleicht ist die Seite besser. In den Zwischenbein. Lass dich sein. Und hier. Hörchen wieder anziehen. Und auch zu dir. Lass mich nicht durchlaufen. So. Schnaß dich. Zurück. Verrückst du euch. Und wir brauchen den Rücken. Zum Schluss. Das ist aber auch nicht. Nehmig. Auf die Hände. Und zurück. Zurück. Und zurück. Hier bleiben wir im Sitzen. Finger eingelangt. Optimale Sitzposition für dich. Bauch anziehen. Musch drauf. Öffne. Du musst auf dem Höhchen sitzen bleiben. Vorsichtig. Kommt hier. Beide Beine. Strecken. So. Wenn das gut klappt. Dann fangen wir an. Löse die Arme. Die Beine. Beuge. Und stecken. 15 Stück. Lass dir Zeit. Das ist schön sauber. Lass die tiefen Muskeln arbeiten. Rücken zusammen. Auf. Hör. 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 Du wirst dich zum Schluss kommen. Und dann verspille dich einmal. Alle lang. Ruhe, Luft, atme. Tief ein und aus. Dann sind wir gleich fit für die fünfte Übung. Twist mit dem Gespeck. Ganz gerne ein Bein an den du stehen lassen und das Ganze um den hinten zu stehen. Was liebst, geht zurück. Dein Ellenbogen in den Boden zurück. Ganz wichtig. Ellenbogen. Alle anderen mit dem Ellenbogen zum gestreckten Bein. Unterhalten. Okay? Zurück. Das ist Bein. Der Rücken. Tief. So, haut dein Rücken vom Boden ab. In der Position, wenn sie bleiben, 15 Stück. Und dann wieder zurück. Und dann wieder zurück. Normal für den Bestreck ist das. Entschuldige, denn das ist ja auch. Ja, ja. Ich hätte dich das nach der Kamera gegeben. Irgendwann mal nach zehn, ja? Zehn versuche wir die auch nicht. Alles mehr stimmt, oder? Gut, wir können uns bezahlen. Hier sind es vier Stück. Zwei. 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 Sehr schön. Rechte strecken. Beine lang. Arme lang. Zwei. Das du kann nachher. Kleinst. Durch. Steck die Arme. Noe. Und vor. Pe викord. Sie gehen wieder in die Ausgabebrief usw간 Здесь. Rechte Beine lassen wir auf die Hände stehen. Das linke Beine strecken. dat linkss strecken. Drücken. Drück wird immer in den Boden. Und zum Bein. Gehen stecken vor. Ich bin jetzt im Schneid. Sieben. Letzte vier. Drei. Drei. Auf den Boden. Zwei. Vier. Zwei. Sieht. Schön. Ihr Lieben, das waren die besten fünf. Sehr effektiv. Tieferliegende Muskel. Ich würde mich freuen, wenn du sportlich aktiv bleibst. Und bis zum nächsten Video. Ich freue mich. Auf Wiedersehen.